Hallo liebe Kunstfreunde, lasst uns heute gemeinsam einen Gartenzwerg zeichnen. Auf geht's! Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift und zeichne damit in die obere Mitte des Blattes erstmal ein großes Dreieck, welches an der unteren Seite noch geöffnet ist. Das untere Ende könnt ihr nun mit einem leichten Bogen miteinander verschließen, sodass die unteren Ecken leicht abgerundet sind. Von den äußeren Enden aus zeichnet ihr jetzt jeweils einen leichten Bogen nach unten und das auf beiden Seiten. Für die Nase des Gartenzwerks gehen wir nun in die Mitte und zeichnen dort erstmal ein Oval hin. Direkt angrenzend an die untere Seite zeichnen wir jetzt noch seinen Bart. Hierbei beginne ich rechts unten und zeichne erstmal eine gewählte Linie nach außen und in einem Bogen gehe ich wieder zurück zur Mitte. Das gleiche mache ich nochmal zur linken Seite hin. Auch hier gehe ich erstmal in einer gewählten Linie nach außen und in einem Bogen wieder zurück zur Mitte. Die beiden Linien an den äußeren Seiten könnt ihr nun nach unten hin mit einem großen Bogen miteinander verbinden. Achtet hierbei darauf, dass ihr nicht in den Bart hinein zeichnet. Um den Bart nun zu vervollständigen, suchen wir uns ungefähr die Mitte und zeichnen von den äußeren Seiten eine gewählte Linie nach unten zur Mitte und das von beiden Seiten, sodass hier eine Spitze nach unten entsteht. Für die Ohren des Gartenzwerks gehen wir an die Seite und zeichnen dort erstmal einen leichten Bogen hin. Das gleiche machen wir dann nochmal auf der linken Seite auf gleiche Höhe. Für das Innere der Ohren könnt ihr an die obere Seite jeweils einen kleinen Bogen hinzufügen. Als nächstes kommen die Augen. Diese zeichnen wir über die Nase, indem wir zwei ungefähr gleich große Kreise in das Gesicht hinein zeichnen. Direkt darüber können wir nun die Augenbrauen ergänzen, indem wir hier einen leichten Bogen etwas dicker darstellen. Das Ganze könnt ihr wieder bei beiden Seiten machen. Nun geht es weiter mit den Armen. Hierbei zeichne ich von der äußeren Seite des Bartes jeweils einen leichten Bogen nach unten. Von dort aus könnt ihr nun ein kleines Stückchen weiter nach innen gehen und nochmal einen leichteren Bogen hinzufügen. Und das wieder auf beiden Seiten. Am unteren Ende verbinden wir das Ganze auf der linken und auf der rechten Seite mit einem kleinen Bogen miteinander. An die untere Seite davon zeichnen wir jetzt noch die Hände hinzu, indem wir hier ganz einfach vier einzelne Finger an die untere Seite des Arms bringen. Das gleiche mache ich dann nochmal auf der rechten Seite, um eine weitere Hand zu ergänzen. Vom unteren Ende der Hände aus zeichne ich nun jeweils einen leichten Bogen nach unten. Das untere Ende verschließe ich nun mit einem länglichen Bogen miteinander. Weiter geht es mit dem Gürtel des Gartenzwergs. Hierfür zeichnen wir direkt in seinen Bauch ein Viereck hinein. Direkt in die Mitte davon ergänze ich nun ein weiteres, etwas kleineres Viereck. Zeichnet nun von den Seiten aus jeweils einen leichten Bogen, der nach außen führt. Einmal an der oberen Seite und dann nochmal auf der unteren Seite. Wenn ihr das geschafft habt, geht es weiter mit den Beinen. Hierfür zeichne ich von dem unteren Ende des Oberkörpers erstmal zwei leichte Striche nach unten. In der Mitte ergänze ich dann erstmal einen Bogen, der nach unten hin geöffnet ist. Die äußeren Seiten verbinde ich nun mit dem Mittelstück mit einem leichten Bogen miteinander. Und zwar auf der linken und dann nochmal auf der rechten Seite. An das untere Ende davon können wir nun die Füße zeichnen. Hierbei beginne ich an der linken Seite, indem ich ganz einfach einen etwas länglicheren Bogen unten an das Bein dran zeichne. Das gleiche mache ich dann nochmal auf der anderen Seite. Nur spiegelverkehrt. Und seid ihr jetzt auch schon so weit wie ich, dann können wir das Bild gemeinsam ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stütte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stütte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein Gartenzwerg ist jetzt fertig ausgemalt. Wenn ihr wollt, könnt ihr in den Hintergrund auch noch ein paar einzelne Blumen oder einen Garten zeichnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß am Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!